hey leutchen und damit herzlich willkommen zurück mein name ist chris wir spielen nicht umbringen ich bin lieb und nett und kuschelig ja aber schon mal nach hier geschafft und das eingesammelt sehr gut hier irgendwo so ein kleines sieg sein soll nicht sein und das möchten wir uns doch mal holen wir brauchen noch drei da können wir das ausgeben Da bist du. Oh Gott, das wird. Okay, gut, solange halten wir hier alleine nicht durch. Wir schauen mal, wie geht der Fährt noch ein bisschen was. Wir heilen zwar und dann schnell. Wo ist das nächste? Oh, wir sterben. Oh, wir sterben. Okay, hohe Richtung ist klar. Wir wollen hoch. Wir können, nach links bringt uns nicht viel. Toll! Oh, das ist sehr gut. Nein! Ich werde einfach sterben. Okay. Nein! Wir sind wieder bei den Tierchen gerade eben. Hat der eigentlich gerade ganz gut funktioniert? Nein, die sterben! Ach! Aber fast da! Ja! Ich bin gespannt, wann ich den Weg nach draußen finde. Das war's. Warum will ich weitermachen? Zählt das als sterben? Ich würde meinen, ja, aber da gibt's hier noch so einen Erfolg, wo das Ganze... Wo man das Spiel abschließt, ohne einmal zu sterben. Okay, wie lange hält er das aus? Wie lange fliegt das? Ah, okay, bis dahin. So, jetzt muss ich wieder überlegen und trotz nachdenken, wo das Vieh denn eigentlich war, was wir gerade gefunden haben. Und ich dachte, das war noch ein Stückchen. Kaum wieder zurück, du Gräbel. Hm. Jetzt sind die Monster wieder da und ich bin weg. Geh! So, wir könnten ja gefühlt weiter, aber damit zu müssen wir das Licht ja hinbringen. Ah, plötzlich wird es erstaunlicherweise ganz gut. Hey, dann öffne dich bitte. Ähm, ich überlege gerade. Ja, ich verstehe. Wieso denn nicht? Ich bin ein bisschen vom Timing her, ein Tick zu bescheiden. So, weiß nicht, ob es das gut so ist. Aber es wird sich schon mal nicht verkehrt. Nein, ich glaube das war doof. Das hätten wir wunderbar gebrauchen können. Wir gucken eh mal auf die Cutter. Also da ist nicht mehr viel. Hier ist noch ein bisschen was, aber gut. Wow. Oh. Ähm. Was ich jetzt? Hm. Kann ich erstmal kurz wieder loslassen? Oh nein, nein, nein. So. So weit, so gut. Das Ganze war ja erstmal nicht verkehrt. Das geht auch noch weiter. Wir müssen noch irgendwie da runterkommen. So ein Scheiß. Nein. Na komm, kannst du gleich kaputt gehen. Aber, das geht nicht weiter auf. Ah, so wird ein Schuh draus. Okay, ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter. Oh, komm schnell mal. Nimm das, du Stück. So, hoch oder runter? Was meint ihr? Beides ganz interessant. Na, ich denke mal, runter erstmal nicht. Das war nicht so günstig. Ah, die kleinen Wegsterber, das ist ja cool. Kleines Stück. Nicht reinrennen. Hä? Das ist ja jetzt doof. Wieso kommst du jetzt nicht raus? Hm, so sterben. Nein, wir versuchen mal da oben hinzukommen. Was ist das lustig? Was ist das lustig? Was ist das lustig? Hilfe, 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 Hilfe. Wir werden jetzt runter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, das war gut. Gut. Schön, dass wir bis hierhin das geschafft haben, das Ganze. Das ist sehr, sehr toll. Techno mal gespeichert und voll gemacht. Einmal auf die Karte geschaut. Wir sind fast da. Wir nehmen mal hier diese Fähigkeit. Halt. Und hoffen, dass der eine... Nicht, nicht, nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich gehe aus und wir sterben. Also bis dahin war es ganz gut. Ich würde echt noch schlussendet, dass wir es weitermachen, so lange wir es geschafft haben. Wir haben jetzt zwei, ja? Nein, eins. So, der macht eine Runde rum. Das kann er auch machen, das ist gut. Also, alles nicht gut, das ist eigentlich glücklich weiter, aber... Schön, haben wir die Tür auch noch geöffnet. Das lief auch sehr gut. Ich hoffe, das wird dann später alles hell richtig doll, dass wir uns da noch mal hier umtreiben können. Nein! Äh, geht das jetzt hier raus? Fühlt sich fast so an. Dann gucken wir erstmal doch lieber nach unten. Wir schauen noch einmal auf die Kata. Lass die Traum bitte du nicht festhalten. Schade, ich weiß nicht, wo ich den verloren habe. Willst du mich veralbern? Nein! Ich bin da! Okay, warte, 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 warte. Was ist denn das jetzt wieder von? Ich weiß nicht, wo ich da lang springen muss. Das war viel zu schnell. Das war viel zu spät, wo ich nicht mehr anders bin. Das war's für Super-Value. So, was ich da nicht mehr zu spielen? Ja. Was ist das? Warte, 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 warte. Ich geh nicht mehr zu spät. Senf es nicht mehr zu spät sind. Wir müssen sie nicht mehr und auch zu spätieren. Was ist das? Mach doch mal bitte ein bisschen schnell, das ist irgendwie ich schaff's grad nicht Licht wird grad echt nicht so gut Schade, dass wir den hier nicht finden, wo wir die Karte haben das ist echt wäre sehr gut Ah, das hängt, ich weiß nicht, wo ich mich da festhalten soll das hängt da unten ein bisschen mit dem Teil liebst gefühlt besser Ich weiß gar nicht, warum wir haben doch noch die Möglichkeit uns zu kleiden warum ich denn das nicht verwende Das ist so die Stelle, wo ich nicht weiterreiß, wo ich mich zu blöd anstelle weil ich da keine Möglichkeit finde, mich auch ansatzweise festzuhalten Wir versuchen es noch einmal für heute Was los jetzt? Nein, jetzt ist das wieder Okay An der Stelle machen wir erstmal wieder Schluss Ich bin grad etwas aufgebracht und wir machen das Ganze beim nächsten Mal weiter versuchen das Ganze zu schaffen Ich hoffe Elite-Kontrolle da, keine Ahnung 20.000 Tasten Genau An der Seite gepackt Wir machen das Ganze beim nächsten Mal weiter Ich hoffe, dass wir weiterkommen Und zwar Ich wollte gerade die Maus nehmen Aber das funktioniert ja auch nicht Damit wir nach hier kommen Viel fehlt ja nicht mehr Ich bin auch generell ein bisschen überlegen, ob wir da nicht weiterkommen, sondern das Ganze hier vielleicht versuchen sollten Ich weiß auch nicht, warum wir dort aufgehört haben Also da können wir schnell hin Das ist ganz entspannt Dann können wir auch da noch mal abrechnen Wir gucken noch mal ganz kurz bevor ich mich dann verabschiede Was denn passiert, wenn wir jetzt hier nach rechts gehen? Achso, stimmt ja Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung Das wie die Dunkelheit, die uns da den GAL ausmacht Oh, hilf, hilf, hilf Oh Gott, das höre nicht, der wird schon Ja, ich sterbe jetzt schon Nein Na gut Wir machen erstmal hier Schluss Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen Gerne kommentieren Abonnieren Und wieder einschalten Beim nächsten Mal In diesem Sinne Vielen lieben Dank Euer Chris Bye Bye